Das aus dem Kleinkindalter noch stammende Empfinden beispielsweise der völligen Verzweiflung, das aus der Spannung besteht, nie rechtzeitig zum Ziel kommen zu können. Ein völlig vergebliches Leben, wenn die Gabe nicht an den rechten Ort gelangen kann oder dort nicht angenommen wird. Ein verpasstes Leben, der nicht Vernichtungsschmerz, sondern das Vernichtungsdrängen des Versagens, des Schlagens des Herzens zum Beispiel, wenn die adäquate, die spezifische Abfuhr der ersten Gabe nicht gelingt, an den Ort der Destination, der Bestimmung rechtzeitig zu gelangen, sprich die erste Domestizierung, die erste Disziplinierung, die erste Symbolisationsumdrehung einer realen Gabe, nun in eine nicht Gabe des Dings, sondern symbolische Aktion umzukehren. Die Gabe ist selbstverständlich das des ersten primären Systems der mittleren Eucharonter, des Verdauungsschlauchs und seinen Assimilations- und Wiederausscheidungsvorgängen des Dübalons.